In 3, 2, 1... Bei einer Parade anlässlich des Nationalfeiertages in den USA sind in einem Vorort von Chicago Schüsse gefallen. Dabei wurden noch Polizeiangaben, mindestens 6 Menschen getötet, zahlreiche weitere wurden verletzt. 24 Menschen seien nach der Tat in Highland Park im Bundesstaat Illinois in Krankenhäuser gebracht worden. Der Täter wurde mittlerweile gefasst. Es handelt sich um einen 22-jährigen Mann. Ein Sprecher des Sheriffbüros von Lake County sagte zudem, es scheine, als habe der Täter von einem Dach ausgeschossen. Eine Zeugin vor Ort beschreibt die Ereignisse. Egal ob im Supermarkt oder beim Heizen, die Preise steigen und für viele Menschen wird es immer schwieriger, über die Runden zu kommen. Die Entwicklung bei den Energiepreisen findet auch Kanzler Olaf Scholz problematisch. Das ist sozialer Sprengstoff. Darüber muss man ganz klar Worte finden. Aber es reicht ja nicht, Worte zu finden, sondern wir müssen das eine tun, nämlich alles, was möglich ist, damit die Energieversorgung weiter funktioniert. Er hat darum gestern Gewerkschaften und Wirtschaftsrufende ins Kanzleramt eingeladen, um über weitere Entlastungen zu sprechen. Es ist erst der Auftakt einer konzentrierten Aktion. Dabei geht es darum, dass Staat, Wirtschaft und Arbeitnehmervertretungen gemeinsam Lösungen finden, ohne die Inflation weiter anzutreiben. Scholz hatte vorgeschlagen, die Bürger mit einer steuerfreien Einmalzahlung zu entlasten. Gleichzeitig fordert er Zurückhaltung von Gewerkschaften bei den kommenden Lohnverhandlungen. Das traf weder in seiner eigenen Partei noch bei Finanzminister Christian Lindner auf Gegenliebe. Auch der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU, Thorsten Veith, zweifelt an der Wirksamkeit der Beratungen. Wir hatten die konzertierte Aktion schon einmal 1967. Da hat sie jedenfalls nicht gegen die Inflation gewirkt, weil wir nach drei Jahren eine Verdopplung und nach sechs Jahren gar eine Verdreifachung der Inflation hatten. Insofern darf man durchaus skeptisch sein. Seit langem protestieren die holländischen Landwirte massiv gegen geplante Umweltauflagen der Regierung. Diese hatte angekündigt, Stickstoffemissionen aus Umweltgründen stark senken zu wollen. Nun schalten Streikorganisationen einen Gang höher und haben dazu aufgerufen, die gesamten Niederlande lahmzulegen. In den vergangenen Tagen hatten Landwirte mit ihren Traktoren mitten in der Urlaubssaison Autobahnen blockiert und für Kilometer lange Staus gesorgt. Mit über 30.000 niederländischen Bauern zielen die jüngsten Proteste zu den größten Bauernprotesten in den Niederlanden. Sie geht auf ein Kampema von Farmers Defense Force, äußert sich zu den Protesten. Wie gesagt, verlangt diesen Brief von den Bauern sehr viel und macht es unmöglich, deine Lebensarbeit weiterzumachen. Obwohl Deutschland voraussichtlich auf einen schwierigen Corona-Herbst zusteuert, schließt Bundeskanzler Scholz drastische Maßnahmen aus. Schulschließungen sollte es nicht mehr geben, sagte Scholz. Und auch Lockdowns brauche Deutschland wegen der hohen Impfquote nicht mehr. Anders als der Kanzler möchte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auch Schulschließungen im Herbst nicht völlig ausschließen. Ich persönlich glaube, dass Schulschließungen nicht kommen müssen. Ich halte sie für sehr, sehr unwahrscheinlich. Sie wären dann das allerletzte Mittel. Aber sie kategorisch auszuschließen, da wäre ich vorsichtig, weil wir wissen ja nicht, welche Varianten kommen. Und gleich auf den Smart Sieben. FC Bayern liegen wieder los. Die weltweit größte Korallenriff-Konferenz beginnt in Bremen und nach acht Jahren Comeback von Cameron Diaz. Und gleich geht's weiter. Willkommen zurück. Julian Nagelsmann und der FC Bayern liegen wieder los. 51 Tage nach dem letzten Pflichtspiel der Münchner startet der Serienmeister die Vorbereitung. Das Go der Stars fehlt noch. Bereits zeigt der Verein schon mal großes Interesse am 17-jährigen französischen Nachwuchsstürmer Mathis Tell von Stade Reims. Gemäß Sky Sport wurden sieben Millionen Euro plus Boni geboten. Bayern will Mathis Tell. Sie wollen die besten Talente Europas so einsammeln. Und das ist einer. Und wir hören auch, er ist für die erste Mannschaft eingeplant. Also er soll wirklich auch beim Profis trainieren, spielen, soll auch Einsätze kriegen. Die weltweit größte Korallenriff-Konferenz beginnt in Bremen. Erwartet werden dazu tausend Wissenschaftler aus mehr als 80 Ländern. Es ist das erste Mal, dass die Korallenriff-Konferenz in Europa stattfindet. Eine Woche lang beraten Experten darüber, wie sich die Korallenriffe schützen und retten lassen. Der neueste Zusstandsbericht ist alarmierend. Allein in den vergangenen zehn Jahren sind fast 15 Prozent der Riffe in den Meeren ausgestorben. Heinz Grimmer, Sprecher des Korallenriff-Konferenz ist besorgen. Es ist das mit Abstand bunteste und formreichste Ökosystem der Erde. Und wenn man dann sieht, wie sowas komplett zerstört ist, dass alle Lebewesen weg sind, wir haben keine bunten Farben mehr, sondern nur noch weiß, grau, braun oder grün, dann ist das sehr erschreckend. Familie statt Karriere. Unter dieser Prämisse zog sich Cameron Diaz 2014 aus dem Schauspiel-Business zurück. Entsprechend überraschend kommt nun die Ankündigung, dass die 49-Jährige vor die Kamera zurückkehrt. Bekannt machte das Comeback Schauspiel-Kollege Jamie Foxx, an dessen Seite Cameron Diaz im Netflix-Film Back in Action spielt. Er twitterte einen Audio-Mitsch mit eines Telefongesprächs. Hello? Cameron, what up? It's Fox. What's up? Thanks for calling. I'm so anxious right now. I'm like, peace in the room. How do you feel, though? I feel excited, but I don't know how to do this, you know? Das war Smart 7 für heute. Die nächste Folge gibt's morgen früh um sieben. Egal wo Sie uns hören, klicken Sie gerne auf Folgen, dann verpassen Sie definitiv nichts, was Sie nicht verpassen sollten. Ihnen einen schönen Tag. Von Produkten Produkten, Produkten und Publisten von Daff Dånerson, Podcastes 360. DFT